Cadmium-Telurid ist eine kristallne Verbindung aus der Gruppe der Telluride, die aus Cadmium und Tellur mit einer Zinkblende-Kristallstruktur gebildet wird. In seiner kristallinen Form ist es ein direkter IV-E-Bend-Lücken-Halbleiter. CDTE ist auch ein gutes Solarzellenmaterial. Es wird normalerweise als Schichtstruktur mit Cadmium-Sulfid verwendet, um einen PN-Übergang, zum Beispiel für eine Solarzelle oder Fotodiode zu bilden, Eigenschaften. Physikalische Eigenschaften Gitterkonstante 0,648 Nanometer an 300 K. Elastizitätsmodul 52 Gigapascal. Poisenzahl 0,41. Thermische Eigenschaften Wärmeleitfähigkeit 6,2 W bei 293 K. Spezifische Wärmekapazität 210 J bei 293 K. Thermische Ausdehnungskoeffizient 5,9 mal 10 minus 6 K bei 293 K. Elektronische Eigenschaften der direkte Bandabstand ist 1,56 Elektronenvolt bei 300 K. Effektive Masse des Elektrons 0,11 Mi. Effektive Masse des Lochs 0,4 Mi. CDTE ist im Infrarotbereich bis zu Wellenlängen größer als 20 Mikrometer. Transparent. Der Brechungsindex ist 2,649 bei 10 Mikrometer. CDTE ist sehr wenig löslich in Wasser. Es wird durch viele Säuren einschließlich Salz- und Promwasserstoffsäure zersetzt und bildet Telurwasserstoffgas. Sicherheitshinweise. Cadmium-Telurid ist gesundheitsschädlich. Die größte Gefahr besteht mit bis zu 90% Resorptionsrate bei der Aufnahme von Feinstaub über die Atemwege. Die Aufnahmerate über den Magendarmtrakt liegt dagegen bei nur etwa 5%. Verwandte Verbindungen Quecksilber-Telurid Quecksilber-Cadmium-Telurid-TE CAS 29870-722 Zink-Telurid Cadmium-Selenit Cadmium-Zink-Telurid-TE Cadmium-Zink-Telurid